Das erste Feier hier, man ist voraus als Anfindung und jetzt geht's los. Als erste Gruppe müsste die Gruppe Cerberus Cross kommen. Was steht da? Da ist der Mutter. Diese Gruppe ist schon langjährig hier aus bei unserem Färtenlaufbier. Ich bin bis dahin gekommen. Ich habe vorher die Wärme. Wir hören nämlich. Ja, das ist so geil. Wie heißen Sie? Den jungen Anbau wird's nix geholt. Ich mach Fotos dabei aber auch. Was? Das ist aber kein Armut im Bass. Ich begrüße Sie mit mir die Gruppe Cerberus Bass. Das ist recht herzlich hier bei unserem 26. Bergenau in der Stadtleitung. Soll ich ein Bier machen? Ja. 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 Gitter! Achso! Komm da, komm da, komm da! Komm da, komm da, komm da! Komm da, komm da, komm da! Das ist richtig! Es ist richtig so, dass die Nacht Silvestre! Wo ist es her? Und heiss, Jumme!